Das alles steht Gott gab uns die Bibel Macht uns so die Welt plausibel Starten im Neuen Testament Ist Jesus den, den jeder kennt Das alles steht Das alles steht in der Bibel Das alles steht Das alles steht in der Bibel Vier Evangelien ist das was Matthäus, Markus und Lukas Johannes, ja und dann und dann Fängt die Apostelgeschichte an Fängt die Apostelgeschichte an Danach kommt das, was Paulus schrieb Danach kommt das, was Paulus schrieb Ab alle 13 Briefe lieb Okay Der Römerbrief macht Menschen frei Der Römerbrief macht Menschen frei Danach Korinther 1 und 2 Danach Korinther 1 und 2 Das alles steht Das alles steht in der Bibel Das alles steht Das alles steht in der Bibel Galater und auch Epheser Galater und auch Epheser 2 Briefe an Timotheus Ganz kurz Titus und Philemon Ganz kurz Titus und Philemon Mit Paulusbriefen war's das schon Von Petrus finden wir gleich zwei Von Petrus finden wir gleich zwei Von Johannes sogar drei Wow Das alles steht Das alles steht in der Bibel Das alles steht Das alles steht in der Bibel Bevor Jakobus kommt Hebräer Und Judas ist dem Ende mehr Ganz spannend wird es dann zum Schluss Ganz spannend wird es dann zum Schluss Die Offenbarung ist ein Muss Die Offenbarung ist ein Muss Das alles steht Das alles steht in der Bibel Das alles steht Das alles steht in der Bibel Das alles steht in der Bibel Das alles steht in der Bibel Das alles steht in der Bibel